Eine orientierungslose Frau braucht jetzt dringend Hilfe von Hanna Becker und Gino Meier. Wissen Sie, wo Sie hier sind? Nee. Nee? Können Sie mir einen Namen sagen? Anne. Anne. Und weiter? Brahms. Frau Brahms. Erzählen Sie noch mal. Anne Brahms, ja? Ich kam von der Arbeit nach Hause, habe sie dann hier an dem Fahrrad gesehen. Die hat da irgendwie ein bisschen rumgefummelt. Ich weiß nicht, ob sie das klauen wollte. Also das Fahrrad gehört hier auf jeden Fall zum Haus. Ja, und ich habe versucht, sie anzusprechen, aber die hat gar nicht reagiert. Also ist auch nicht so fit irgendwie. Also ziemlich betrunken, glaube ich. Ich habe so eine ganz leichte Alkoholfahne, kriege ich mit, aber nichts Wildes. Vielleicht mal einen Schluck Wasser oder so. Ich habe was dabei. Können Sie was dabei haben? Einen Schluck Wasser trinken vielleicht? Möchten Sie was trinken, Frau Brahms? Den Namen haben wir schon mal. Sie weiß nicht, wo sie ist, aber sie heißt Anne Brahms. Aber so richtig klar will sie nicht. Also ich kenne sie auch nicht. Ich wohne hier. Soll ich mal eine Abfrage machen? Ja. Und was hat das hier mit dem Fahrrad auf sich? Was wollten Sie mit dem Fahrrad? Ich wollte weg. Aber der Schlüssel, der hat gar nicht gepasst irgendwie. Ist das Ihr Fahrrad? Nee, ich weiß nicht, aber ich wollte weg. Und ist das Ihr Schlüssel? Ich weiß nicht. Ich habe den nur genommen. Also der Schlüssel kommt mir auf jeden Fall bekannt vor. Anna, die Abfrage hat nichts ergeben. Also keine Verhandlung irgendwie offen. Okay. Wo kommen Sie denn her? Wie sind Sie denn hier hingekommen? Ich weiß es nicht. Die Klara. Wer ist denn Klara? Meine Freundin. Sie waren zusammen unterwegs? Ja, die war bei mir. Und ein bisschen was getrunken? Nee, eigentlich nicht. Nur ein Bier. Nur ein Bier? Sonst irgendwas genommen? Schon mal mit Drogenkontakt gehabt oder so? Nee, gar nicht. Wir wundern uns halt, weil es Ihnen ja nicht so gut geht, ne? Die Freundin der völlig verwirrten ist nicht nur spurlos verschwunden. Die junge Frau wirkt auch so abwesend, dass eigentlich nur Drogenkonsum infrage kommt. Anna Becker hat einen Vorschlag. Wäre das in Ordnung, wenn wir mal einen Test machen? Das ist natürlich auf Freiwilligkeit basierend. Dann würden Sie einmal pusten, dann können wir gucken, wie viel Alkohol Sie intus haben und ob Sie irgendwelche Drogen vielleicht intus haben. Ist das in Ordnung? Dann hole ich einmal die Gerätschaften. Ja, das ist klar. Lehen Sie sich ruhig wieder ein bisschen an der Wand, nicht da zu uns umkippen hier. Aber der Boden ist wirklich eiskalt und dann holen Sie sich nachher noch irgendwas anderes weg. Das muss nicht sein. Kopfschmerzen? Wollen Sie einen Arzt vielleicht? Sollen wir einen Krankenwagen rufen? Nee, geht so weit. Das ist jetzt auch schon wieder besser. Ich habe vorhin total wirres Zeug die ganze Zeit geredet. Ja. Wovon hat sie denn erzählt? Ich weiß eigentlich Schmetterlinge, irgendwas. Keine Ahnung. Ja, Schmetterlinge. Ein kleiner Hund hat gebellt. Ja, sowas kam da gerade auch raus. Lenny, Lenny hat mich gekitzelt. Lenny. Also Lenny ist mein Nachbar. Der Alkoholtest bestätigt die Aussage der jungen Frau. Während Hanna Becker ihren möglichen Drogenkonsum überprüft, geht Gino Meier der wirren Aussage auf den Grund. Also Sie haben gerade was von Schmetterlingen erzählt. Ja, Schmetterlinge, Popcorn. Von Popcorn, Lenny. Ja. Der hat mich angefasst, der hat mich gekitzelt, der Lenny. Gekitzelt? Ja. Okay. Ja gut, vom Kitzeln kommt man nicht in diesen Zustand. Sie sagt, sie ... Haben Sie denn zusammen mit dem Lenny was vielleicht getrunken? Ich glaube, ein Bier. Ein Bier. Und die Klara war dabei. Wo ist die Klara? Ihre Freundin. Hat die ein Telefon? Können wir die anrufen? Ich glaube, ich habe mein Handy nicht. Ich habe nur den Schlüssel. Nur einen Schlüssel gehabt. Ich weiß nicht. Ah, jetzt haben wir auch ein Ergebnis. Also Kontrolllinie ist da und überall sind Linien zu sehen. Also komplett negativ. Komplett negativ. Keine Drogen. Keine Drogen. Um der Ursache für den Zustand der jungen Frau auf die Spur zu kommen, statten die Beamten dem Nachbarn einen Besuch ab. Schönen guten Tag. Guten Tag. Hallo. Meier von der Polizei. Ja. Sie sind? Mein Name ist Funk, hallo. Okay. Was machen Sie denn gerade so, Herr Funk? Nichts. Wir haben einen DVD-Abend. Wer ist denn wir? Ja, ich alleine. Warum? Wieso denn dann wir? Wir waren vorhin da. Ein Kumpel war noch da gewesen, aber der ist schon längst wieder weg. Dann musst du noch zu einer Freundin. Wir hätten da mal ein Sachverhalt zu klären. Hätten Sie was dagegen, wenn wir mal einen Augenblick reinkommen? Müssen ja nicht alle Nachbarn immer alles mitkriegen, ne? Ja, weil ich glaube, ist gerade keiner da. Ja? Ist keiner da? Da stehen zwei Damen draußen im Flur. Ja. Müssen ja nicht alle immer alles mitkriegen. Also wir würden ganz gerne mal einen Augenblick reinkommen. Wie gesagt, ich wollte mir das gerade gemütlich machen. Dann sind Sie ja... Bleiben fünf Minuten, dann sind wir wieder aus der Tür. Ja? Ja, ich bin nicht ganz warm. Prima. Das ist doch klasse. Dankeschön. Gehen Sie ruhig vor. Okay. Da, wo ein bisschen Platz ist. Wie ist es am meisten? Wohnzimmerfleisch. Ja, das ist doch klasse. Ja, ist doch gemütlich. Wir haben es hier gemütlich gemacht. Also wir haben... Männerabend. Wir haben... Männerabend mit vier Gläsern. Sie haben eben gesagt, Sie waren nur zu zweit. Ja, das war noch vom letzten Abend. Also die junge Dame, die jetzt gerade hier mit reingekommen ist, sollte eigentlich draußen bleiben. Ist Ihnen bekannt? Nee. Kennen Sie gar nicht? Entschuldigung, sie ist mir einfach entwischt gerade. Ja, nicht so schlimm. Soll ich noch hierbleiben oder kann ich... Sie können auch sonst... Sie wohnen ein Stockwerk weiter oben? Ja, genau. Wenn wir noch Fragen haben, dann kommen wir nochmal zu Ihnen. Vielen, vielen Dank nochmal. Gerne. Danke. Ja, die Dame kommt mir bekannt, aber sie... Ja gut, das ist ja auch Nachbar. Ja, ja, ja. Der Lenni, ich kenn dich. Ja, ich bin DJ im Nachbiball. Du hast mich vorhin hier gekitzelt, ich kenn dich oben. Hier? Ja. Also die Dame ist sich ziemlich sicher, dass sie eben hier gewesen ist. Hanna. Die Klara. Werden wir neu. Wir hatten ja gerade die vier Gläser. Ja, ja. Das Popcorn hat sie vorhin vorgesprochen. Diese bekloppte Lampe hat sie glaube ich auch erwähnt. Ähm, kennst du das Schweigen der Lämmer? Habe ich noch nicht gesehen. Hast du noch nicht gesehen? Da gibt es eine Situation, eine Szene drin mit ganz vielen Schmetterlingen im Keller. Ach was. Davon hat sie auch gesprochen. Und da auf dem Dings läuft gerade der Absprang dazu. Also, ähm... Das ist ein Allerwelsfilm oder so. Ja, ja. Das ist Popcorn. Ich bin nicht auch der einzig. Ja, ja. Wir kriegen hier nur gerade ganz viele Indizen. Erstens, Sie haben uns gesagt, Sie sind alleine hier. Ja, Männerabend. So. Da stehen vier Gläser. Genau. Ja. Stereo trinken ist eine schöne Sache, aber relativ unwahrscheinlich. Wenn man genug getrunken hat, dann denkt man... Ja, ja. Zweitens, Sie erkennt sie einwandfrei wieder als den Lenny, der sie gekitzelt hat. Sag ich jetzt mal in Anführungsstrichen. Drittens, Sie hat uns vorhin erzählt, was Sie noch im Kopf hatte. Diese Sachen finde ich hier alle wieder. Also für uns ist es definitiv, dass irgendwo hier Sie vielleicht nicht ganz die Wahrheit sagen und ich sag mal innerhalb von zehn Minuten, Viertelstunde vergisst man so ein Gesicht nicht. Naja, aber vielleicht hat sie zu viel getrunken. Sie ist irgendwas ausgedacht, also sie macht auch nicht einen komischen Eindruck. Haben wir schon alles abgegrast? Haben wir schon alles abgegrast? Haben wir schon alles abgegrast? Sind das Ihre Handtaschen? Sammeln Sie Handtaschen? Das ist von der Klara. Nein. Welche Klara? Ach was? Das ist Ihre Handtasche. Und was ist das für eine Handtasche? Schauen Sie mal. Ist da noch alles drin? Das ist die Handtasche von der Klara. Ach Mensch, da steht ja auch Ihr Name drauf. Jetzt muss es schnell gehen. Die junge Frau muss sich noch in der Wohnung aufhalten und befindet sich möglicherweise in größter Gefahr. Ey, 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 ey! Runter da! Ruhig bleiben! Hier ist die Polizei! Frau Lenny! Hallo! Frau Lenny! Kannst du nicht aufpassen! Alles gut? Hast du ihn unterkommen? Nicht, dass er hier zwischenfegt. Ach! Ja, ist das schon gut! Ich... Locker bleiben! Ganz locker bleiben! Ich bin locker! Während Gino Meier den skrupellosen Mann festnimmt, kümmert sich Polizeikommissarin Hanna Becker um die beiden schwer traumatisierten Frauen. Dann können wir froh sein, dass wenigstens ihr beide euch habt, ne? Ja. Also, ihr könnt euch an wen ich erinnern, nehme ich an. Ja, jetzt fällt mir wieder einiges ein. Also, den Lenny, den kennen wir aus dem Club und wir waren eigentlich hier verabredet auf eine DVD und dann hat der uns ein Bier gebracht. Wir haben auch nur ein Bier getrunken und dann ging es mir nicht gut und der wollte mich ins Schlafzimmer bringen und hat mich überall gekitzelt angefasst und das war mir zu viel, dann bin ich einfach... ich bin irgendeinen Schlüssel genommen und weg und... Okay. Und der hat mich einfach ins Zimmer verschleppt. Ich konnte mich gar nicht wehren. Also, dadurch, dass ihr beide wenig getrunken habt, dass ihr keine Drogen vorher genommen habt, wir haben eben schon einen Drogentest gemacht, würde ich jetzt erst mal vermuten, dass er euch vielleicht irgendwas ins Bier getan hat, heißt K.O. Tropfen oder sowas in der Art. Was? Das Ganze müssen wir natürlich untersuchen. Heißt, wir brauchen einen Arzt, der das Ganze bescheidigen kann, was da drin war, was ihr alles jetzt in euren Körpern tragt und wie ihr so benebelt sein könnt. Mhm. Dann stehen natürlich noch die beiden Straftaten hier im Raum. Also, ich gehe mal davon aus, dass noch nicht besonders viel passiert ist bei euch beiden, aber auch das muss natürlich ein Gynäkologe untersuchen, wie weit wir hier sind. Heißt, wir brauchen auf jeden Fall noch die Kriminalpolizei und einen Arzt und wenn ihr möchtet, holen wir auch nochmal einen Rettungswagen, der sich anguckt, wie es euch im Moment geht. Okay. Okay? Ja. Bevor es Richtung Wache geht, durchsucht Gino Meier die Verdächtigen nach Waffen und spitzen Gegenständen. Dabei entdeckt der Polizeioberkommissar ein auffälliges Fläschchen. Ist das das, was ich vermute? Also Narkosemittel zur Schmerztherapie für Tiere, ich würde sagen, ist einsatzbar als K.O. Mittel. Tierärzte. Hm? Sind Tierärzte. Ja, ja, ist klar. Sich Frauen gefügig zu machen durch Verwendung von K.O.-Tropfen oder anderen Betäubungsmitteln, völlig egal, ist so das ziemlich das Erbärmlichste, was es gibt. Wenn man einfach keine Chance hat bei den Frauen, dann muss man das erkennen, es gibt da andere Mittel und Wege. Aber zu diesen Mitteln zu greifen, ist wirklich unter jegliche Menschenwürde. Die Männer müssen sich wegen gefährlicher Körperverletzung und versuchter Vergewaltigung verantworten.